Ja, hallo. Schön, dass noch ein paar Leute hier geblieben sind zu spät, kurz vor der Abreise. Das ist der Leo, der ist von den Freifunkern hier aus Siegburg und im Open Knowledge Lab in Bonn beheimatet. Und ich bin Kaspar und ich bin auch im Open Knowledge Lab in Bonn und gehört zu den freien Netzwerkern. Wir kümmern uns um alles Digitale hier im Hennefer Raum. Und dann fangen wir, glaube ich, einfach mal an. Ja, die Open Data Map ist unsere Karte, die ich und Kaspar zusammen entwickeln. Und unser Problem dahinter, das wir lösen wollen, ist, dass es ganz viele verschiedene Karten von allen möglichen Projekten gibt, die Open Data produzieren. Allerdings hat jeder seine eigene Karte und seine eigenen Daten und es gibt auch keine Standards. Und wir wollen einfach die Daten, nicht nur die ganzen Projekte, zeigen die ganzen Daten deutschlandweit, die uns ja meistens gar nicht interessieren. Wir interessieren uns ja am ehesten für die Karten, die bei uns in der Region hier sind. Und dafür ist die Open Data Map von uns. Genau. Also es gibt natürlich noch einen offenen Standard, sowas wie GeoJSON. Der wird dann aber doch nicht verwendet. Diese Projekte zeigen in erster Linie natürlich gerne, welche große Verbreitung sie schon haben. Und deswegen Deutschland noch besser global. Und das sind jetzt mal zwei einfach als Aussicht. Das eine ist die Luftdaten-Info-Map, also die Feinstaubbelastung, die, wie wir sehen, nicht besonders hoch ist. Das ist noch von gerade eben ein Screenshot. Das andere ist die ttnmapper.org-Karte, mit dem ein Niederländer quasi die Verbreitung von Lora-Waren auf der Welt oder in dem Fall hier in Europa visualisiert. Das sind ganz viele tolle offene Daten, die ich vielleicht auch wissenschaftlich auch in dieser Bandbreite irgendwie ganz toll bespielen kann oder mit denen ich ganz viele Sachen machen kann. Nur jetzt von der normalen Anwendersicht aus gesehen, interessiert mich vielleicht eher meine nähere Umgebung, also die regionale Umgebung. Und da haben wir einen zweiten Hintergrund, gerade von Leo, von den Freifunkern. Ja, Freifunk benutzt als meistens, also meistens, die meisten benutzen im Freifunk den Mesh-Viewer. Das ist das, was man hier oben auch links sieht. Die haben auch die Karte als Ansicht und aber die Hauptansicht, die vor allem für die ganzen Freifunker interessant ist, ist die Mesh-Viewer-Ansicht, die man auch in dem Bild sieht. Die interessiert aber, die normalen interessiert das nicht besonders, was jetzt die Freifunker für Besondere. Das ist vor allem, um zu zeigen, welche Verbindungen gerade gut sind. Genau, also das Mesh-Viewer, also die Mesh-Fähigkeit der einzigen Knoten unterlande wird hier visualisiert. Aber wenn ich im Eiskaffee sitze, interessiert mich nur, wo ist der nächste Hotspot-Punkt. Und ja, also der engagierte Freifunker schüttelt jetzt den Kopf, aber tatsächlich, glaube ich, die breite Bevölkerung kann mit diesen Darstellungen einfach gar nichts anfangen. Und wenn man schon sieht, was für ein Heckmeck es ist, auf diese Deutschlandkarte, die wir hier haben, die Deutschlandkarte von Freifunk, überhaupt diese Daten drauf zu kommen. Ich glaube, ganz Bonn ist dort leer, weil die Daten einfach gar nicht übernehmen, beziehungsweise die Bonner Community so gut versteckt, dass sie dort nicht auftauchen. Dann hilft es halt auch nicht weiter. Und offene Daten sind schön und gut, aber die sind nur dann schön und gut, wenn wir sie auch nutzen können. Also wenn wir sie in einer Art und Weise darstellen, dass wir sie für den, ja hier Muggeln, Normalsterblichen, wie auch immer, nutzbar machen. Und da haben wir ein weiteres Beispiel, jetzt hier die Stadt Bonn, hat ein ganz tolles offenes Datensystem. Und zwar basiert das auf Open 311, Anliegen.bonn.de. Da kann jeder, der irgendwie in Bonn wohnt oder in Bonn durchkommt und ein Problem hat, wilde Müllkippe, vergessenes Straßenschild von irgendeiner Baustelle, all diese Dinge kann man dort melden. Und das Ordnungsamt kümmert sich dann darum. Und wenn man dann mal guckt, wo denn da sowas ist, dann bekommt man eine Karte wie die obere. Ich drehe mich jetzt mal gerade von der Kamera weg, aber da ist nicht viel zu sehen, außer dass man sieht, überall ist irgendwas. Wenn man dann anfängt zu filtern, bekommt man so eine Karte mit so einem schönen Kreis und es dauert und es dauert und es dauert und irgendwie nach drei Minuten ist sie immer noch nicht geladen. Kann man anders machen, wollen wir anders machen und so kamen wir dann halt auf die Idee, selber uns mal mit diesem Thema Karten auseinanderzusetzen, speziell mit dem Thema halt auch um Echtzeitdaten zu visualisieren. Also es ist nicht die Konkurrenz zu Open Street Map, sondern es geht tatsächlich eher darum, Daten, die sich permanent ändern, die permanent neue Daten anzeigen, also Daten auf so einer Karte zu visualisieren. Ja, von der Technik her, unsere Karte basiert auf Leaflet.js. Das ist eigentlich das, was die meisten Webseiten, die Karten benutzen, benutzen. Und also GraphQL, um die ganzen Daten runterzuladen von einem Backend-Server, der in Node.js geschrieben ist. Und das Ganze ist mit TypeScript, um auch die Typisierung, die leider die meisten Programmiersprachen haben welche und JavaScript halt leider nicht. Deswegen benutzen wir TypeScript, um damit auch auf der sicheren Seite zu sein. Genau, wir haben uns für Leaflet.js entschieden, weil das einfach der kleinste Stack ist, den es da draußen gibt, wenn man anfängt, irgendeine Karte zu bauen, mit dem wenigsten Overhead und darauf dann aufgesetzt. Und wir haben dort einfach mal genau drei von diesen Punkten, also drei von den Daten, wir haben drei Datenlayer quasi uns genommen, von denen, die wir auch eben vorgestellt haben und so als erste Anwendung einfach mal als Module dort reingebaut. Diese Karte ist total modular aufgebaut, also das sehen wir gleich noch. Man kann sehr, sehr, sehr schnell eigene Module dafür entwickeln und dann diese Daten anzeigen. Ich gehe jetzt einfach mal, also das obere Bild zeigt zum Beispiel eine Heatmap, die das Innenthema IoT-Netzwerke, also in dem Fall LoraWarn, beackert. In der Mitte der blaue Punkt, das ist ein Gateway, drumherum sieht man sehr schön, wo wie viel Empfangsstärke ist. Gemessen wird sowas mit so einem Mapping-Device, habe ich hier mal eins mitgebracht. Offene Daten, die da hinten herauskommen und ich habe sehr schnell eine Übersicht, wo ich den Empfang zum nächsten LoraWarn-Gateway habe, beziehungsweise wie gut der Empfang ist. Beziehungsweise das zweite. Beim zweiten sehen wir einen der Open 311-Knoten. Knoten, also das sind die Knoten, mit denen die Anliegen oder der Mängelmelder, wie es auch manchmal genannt wird. Da sind dann die Anliegen, das sind so kleine gelbe Punkte mit so einem Zeichen drin, was so was ist. Da sieht man sie genauer. Also da sieht man diese ganzen Punkten. Das sind alles Open 311-Daten, die so ein bisschen verwirrend auf dieser Karte vorher dargestellt werden. Wenn wir jetzt auf einen draufklicken, dann bekommen wir die weiteren. Genau, die weiteren Sachen, Beispiel, also die ID bei der Stadt und auch die ganzen Beschreibungen und Positionen und Ähnliches. Genau. Wichtig ist uns hierbei der Ansatz zu sagen, wir machen das Ganze nicht deutschlandweit, nicht global oder irgendwie, sondern wir interessieren uns für unsere Region hier. Also in dem Fall ist es jetzt hier Bonn-Rhein-Sieg, was wir auf dieser Karte sehen. Und wir haben nur offene Daten aus diesen Regionen hier drauf, hält die Datenmenge gering, übersichtlich. So eine Karte kann man einfach auch lokal hosten, ob das jetzt die lokale Freifunk-Community ist, ob das die Stadt selber ist. Lässt sich sehr einfach einrichten. Und ich habe einfach in Zukunft dann hoffentlich noch mehr Datenlayer, die da drauflaufen. Und ich kann mich einfach in meiner Umgebung umschauen, mit meinen offenen Daten quasi navigieren zu dem oder zu der Fragestellung, die ich gerade habe. Und hier sieht man ganz schön, dass wir kommunale Daten verknüpfen, dieses Systeme Open 311, dass wir offene Daten drauf haben aus Community-basierten Daten. Wir haben hier auch schon die, das sieht man kaum, es sind so ein paar dunkelblaue Punkte drauf zu sehen. Das sind Freifunk-Knoten, die in der Region hier zu sehen sind. Also dieser kommunale und der Community-Aspekt zusammen auf einer Karte ist relativ selten noch zu finden. Also viele Kommunen haben GIS-Systeme, da ist dann kommunale Daten drauf und die Communities haben Kartensysteme. Aber das Ganze irgendwie zusammenzufassen, ist auch noch nicht so wirklich verbreitet. Ja, das Tolle ist, es ist sehr modular aufgebaut. Es gibt die eine Zeile, die man kopieren muss oder einfach reinschreiben muss. Und da kann man ein neues Modul einbinden mit, wo einfach nur, in dem Modul kann man machen, was man möchte. Man muss halt am Ende irgendwie Knoten oder hinzufügen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Aber man kann einfach die eine Zeile kopieren und schon hat man ein neues Modul. Genau, wir geben natürlich entsprechende Tools zu diesen Modulen. Also sei es, dass wir irgendwie Verbindungslängen ausrechnen können und sowas, die man dann in diesen Modulen verwenden kann. Aber es ist tatsächlich, man muss nicht irgendwie, wenn ich jetzt einen neuen Datenlayer habe, den irgendwie an ein Dutzend Stellen darauf achten, dass ich die irgendwie einpflege. Und hier noch die Informationen kommen und da diese eine Zeile und das Ding wird automatisch geladen. Das sieht dann auch in der Konfiguration relativ einfach aus. Da passt jetzt hier die Auflösung nicht. Aber ein so ein Block, das ist quasi ein Modul mit Konfiguration, wo nicht viel mehr drinsteht, ist der standardmäßig an. Wo kommen die Daten her? Also im Zweifel eine URL, einen Namen für den Block. Und im Grunde war es das schon, wenn man so ein einfaches Modul wie das für Open 311 einfach entsprechend konfigurieren möchte. Und die Kartenlayer ist halt ein ganz normales Leaflet-Format, was eigentlich immer benutzt wird. Das sind einfach die einzelnen Tiles, die Tile-JPEGs oder PNGs oder was man hat. Und die kann man einfach als neuen Block mit einbauen. Und schon hat man einen neuen Layer, der auch automatisch gerendert wird, sodass man fast unbegrenzte Anzahl an neuen Layern hinzufügen kann, so viel man möchte und woher man möchte. Genau, also man kann sich den Zulieferer seiner Grundkarte einfach selber aussuchen und den ganz einfach dahinter legen. Was wir grundsätzlich suchen, sind halt weitere Testanwender. Wir haben jetzt hier gerade jemanden gefunden, der das für Aachen aufsetzt. Entwickler weiterer Datenquellenmodule. Okay. Eins von, das ist es wieder. Es ist wieder da. Wunderbar. Die uns einfach bei der Weiterentwicklung der ganzen Module helfen. Und man findet im GitHub den ganzen Code. Wir haben das angefangen zu dokumentieren. Da ist noch ein bisschen Arbeitsbedarf dahinter, geben wir zu. Das ist eigentlich noch eine frühe Beta, die wir hier vorstellen, um zu schauen, ob wir tatsächlich einfach noch einen Mitentwickler dazu finden. Und wir würden gerne jetzt nochmal auch die Karte selber einfach nochmal so zeigen, wie das Ganze funktioniert. Okay, das ist die Karte in live. Hier zentriert im Prinzip auf Siegburg zufälligerweise. Siegburg hat auch Open 311 Daten. Das ist dieser knubbelige Block, gelbe Symbole in der Mitte. Wir sehen hier so blaue Pins. Das sind LoRaWAN-Gateways. Wir haben die Heatmap drauf. Wir haben die ganzen Freifunk-Knoten drauf. Da kannst du auch mal auf einen draufgehen. Genau, da sieht man die entsprechenden Metadaten. Ja, die Metadaten von den Freifunk-Knoten. Bei Freifunk gibt es netterweise einigermaßen Standard, die Notes-JSON, die wir einfach einbinden können. Man muss einfach nur die URL in die Konfiguration, können wir auch gleich nochmal zeigen, einfach reinschreiben. Und schon hat man seine Freifunk eingebunden und die neuen Knoten. Hier sieht man auch schön die Heatmap. Wir haben so eine Funktion, das wird jetzt ein bisschen unübersichtlich, weil wir das alles zusammen einblenden. Aber um nur mal zu zeigen, hier die Distanzen auszurechnen oder so weiter, das ist dann quasi in der Map hinten schon drin. Da gibt es quasi gewisse Tools, die man verwenden kann, die man auch in jedem Layer einfach dann nutzen kann. Ich mache die mal wieder aus, sonst ist das ein bisschen unübersichtlich. Wir haben auch zeitbasierte Möglichkeiten, die Karte zu filtern. Also in dem Fall schränke ich das mal ein, dann sieht man, dass es weniger Punkte werden. Das hier sind Punkte, die ich erzeuge, indem ich mit diesem Tracking-Device im Auto liegend durch die Gegend fahre. Und der erzeugt dann automatisch halt, schaut er, welche Gateways in der Nähe sind und zeichnet auf, wie hoch die Empfangsstärke ist. Und je nachdem, wann ich halt durch die Gegend gefahren bin, kann man dann halt einschränken, welche Dinge ich sehe. Das ist mal als Anwendungsbeispiel, ich wechsle eine Antenne im Gateway. Dann kann ich mir vorher gucken, wie ist der Empfang in der Umgebung und gucken, wie ist nach dem Antennenwechsel der Empfang in der Umgebung. Also sprich, ich kann die Karte zeitlich filtern, wann welche Dinge draufgekommen sind. Und ich kann auch die verschiedenen ganzen Knoten entsprechend an- und ausschalten. Also es wird am häufigsten, diese Mapper werden dafür gebraucht, dass die... Community weiß, wo sie noch neue Gateways aufstellen muss, weil sonst haben sie nur die theoretische Empfangsstärke, die meistens nicht so besonders gut ist. Die stimmt eigentlich so gut wie nie, weil man ja nie genau weiß, welche Wand hat jetzt das Gebäude hier. Und ob ich dadurch funken kann und wie gut die Empfangsstärke danach noch ist. Genau, so diverse Metadaten, die man dann halt auch in der Sidebar noch ein- und ausblenden kann. Um meinen Heimartort jetzt herum sieht man, da bin ich relativ häufig irgendwie mit dem Ding unterwegs. Genau, das ist zur Karte im Prinzip, die man selber zu zeigen. Sollen wir mal Code gucken? Ja. Gucken wir mal den Code. Warte, mach mal ein Stück. So, jetzt kann man glaube ich auch was lesen. Genau, da sieht man einfach so eine Konfiguration. Ein Modul, was ich einmal reingeladen habe, das ist, fangen wir damit mal an. Also, genau, jedes Modul liegt in einem gewissen Ordner und wenn ich ein Modul einmal reingeladen habe, kann ich es in der Config-Datei beliebig oft verwenden. Das muss halt immer genau den Namen haben, der hier steht. Also, hier steht Freifunk, das heißt, hier steht im Modul Name auch Freifunk und dann kann ich das automatisch direkt laden. Und dann kann ich an der Stelle halt auch mit, also wenn man das hier schön sieht, mehrere Communities laden mit dem gleichen Modul, die sich dann noch nicht gegenseitig beeinflussen. Das haben wir hier im Fall von Freifunk gemacht und weiter unten sehen wir das, glaube ich, bei Open311 auch nochmal. Weil wir da die Daten aus Bonn, Siegburg, Köln haben wir rausgeschmissen, genau, Köln gehört nicht mehr zu unserer Umgebung. Aus Bonn und aus Siegburg laden, die das so schön machen. Da sieht man das ganz schön, dass die Anliegen Bonn.de und Anliegen Siegburg.de, Georeport V2 und so weiter, dass man da einfach schön auf die offene API zugreifen kann. Und die Daten, die wir uns da rausziehen, automatisch auf der Karte entsprechend dargestellt und gepasst werden. Und die Konfiguration, die in dem Modul drin steht, also das hier, das kann jedes Modul sagen, was es möchte, was es als Argumente, als Konfiguration benötigt. Wie man hier auch schön sieht, beim IoT-Memper braucht man so ein paar mehr Sachen noch oder kann man zumindest ein paar mehr Sachen noch einstellen. Und das kann jedes Modul selbst sagen, welches er wie hier haben möchte. Genau, also so ist man relativ flexibel, aber man kann es auch ganz einfach halten, indem man also in dem Fall zum Beispiel das Open311-Modul nimmt, das Verzeichnis kopiert, ein paar Dinge intern umbenennt, die die Pfade anpasst und sich irgendwo anders Daten erholt und die dann auf der Karte relativ schnell visualisiert bekommt. Das ist kein Texenwerk an der Stelle. Ja, bei den Layern haben wir hier, können wir hier alle möglichen, kann man auch kopieren, einfach kopieren, gibt die neue URL, also wir haben hier die normale URL, wo er die teils herholen kann, mit den verschiedenen XY-Koordinaten. Einfach eine Attribution, also das Copyright-Hinweis übergeben, den Namen und ob es gibt ein Night-Design der Map und ein Tag-Design. Wenn man ein Layer auswählt, der dunkel ist, wechselt der auch automatisch in das Nacht-Design rein, wo dann die Sidebar und der ganze Rest alles etwas nächtlicher aussieht. Und dafür gibt es dann dieses Night-Attribut, wo dann damit gezeigt wird, welche von beiden Designs man möchte. Gut, dann haben wir noch, ich gehe mal kurz wieder zurück in die Präsentation, dann ist uns einfach noch etwas aufgefallen. Vielleicht sieht das ja der ein oder andere Entwickler, wie hunden die Karten, die Daten halt per GraphQL, Apollo-Client und da heißt es immer ganz schön, wir unterstützen so ziemlich alle Programmiersprachen. Wenn man dann mal bei TypeScript bei denen auf der Seite sucht, dann findet man irgendwie komischerweise in der URL schon React, also ein ganz anderes. Man kann es gar nicht erst verwenden, also wenn man TypeScript nur benutzt, ohne irgendein Angular, React, Ember, was auch immer, dann kann man es nicht benutzen. Obwohl die schön groß damit werben. Das würden wir gerne irgendwie mal gefixt sehen, weil uns das sehr helfen würde. Da verspricht jemand, in dem Fall Facebook, ein bisschen zu viel. Jetzt waren wir relativ schnell durch. Genau, gehen wir gerade wieder zurück. Also wir suchen Menschen, die Bock haben daran mitzuarbeiten, die entweder offene Daten haben und dafür ein Modul für unsere Karte schreiben möchten, entwickeln möchten. Oder natürlich auch Testanwender, also sei es irgendwelche Communities oder Kommunen, die das Ganze mal aufsetzen, um das Ganze auch auszuprobieren. Wie gesagt, Aachen probiert es gerade. Hier im Köln-Bonner-Bereich machen wir das selber. Es ist halt hilfreich, weil zumindest bei Freifunk, ich habe jetzt keine Dokumentation benutzt, um das zu bauen. Ich habe jetzt einfach unsere und noch ein paar andere Notes-Json genommen und einfach mal die Argumente raus, also die einzelnen Values rausgesucht und damit angefangen zu bauen. Die Doku in dem Bereich war auch dürftig, muss man so sagen. Ja, und es ist halt für uns auch sehr praktisch, wenn dann eine andere Community mal mit ihren Daten versucht, das Ganze zu bauen und uns ihre Fehler mitteilt, damit wir fixen können oder verbessern können. Oder auch einfach vielleicht, wenn es einfach noch ein Problem gibt, etwas, das wir eigentlich schon unterstützen, dass wir dann vielleicht mal gucken können, dass es für Freifunk vielleicht ein neues Format gibt oder ein älteres und dass wir das dann mit unterstützen können. Genau, oder wie in so einem Fall wie Open 311, das ist halt total klasse dokumentiert, da muss man nicht lange suchen. Da bekommt man die ganze Doku für. Aber davon gibt es da draußen natürlich noch tausende von Formaten. Und wir haben auch selber natürlich schon ein paar weitere Ideen, fängt bei den Luftdaten-Info an, also bei den ganzen Feinstaubsensoren. Kann aber auch noch weitergehen. Zurzeit entwickeln wir halt gerade noch so Features, also in der Art wie die Einschränkungen über so eine Timeline und solche Dinge. Und würden uns einfach freuen, wenn es andere gibt, die noch weitere Datenquellen als Modul hinzufügen. Gut, danke. Danke, ne? Genau, jetzt gibt es vielleicht noch Fragen. Wir waren jetzt sehr, sehr schnell, aber es ist auch der letzte Vortrag heute. Ja, bitte, wir... Gehst du hoch? Gehst du hoch? Da kommt die Technik zu Hilfe. Ja, erst mal vielen Dank für das super Projekt, also finde ich es total spannend. Was ich, glaube ich, noch ganz cool fände, wäre, wenn man versuchen könnte, die Datenquellen auch irgendwie zu kombinieren. Also die Darstellung ist ja das eine, aber ich würde es vielleicht auch auswerten. Habt ihr da schon irgendwie drüber nachgedacht, mal so, dass man aus den Modulen, aus den Layern Daten irgendwie zusammenbringt, sagt, okay, die Abdeckung ist an dem und dem Ort eben so und so gut. Könnte man da irgendwas machen? Kann man sicher machen, ist, glaube ich, aber ein Schritt für so eine Version 2.0 oder so. Wir wollen die erstmal so produktionsumgebungsreif bekommen, dass man sie, wenn man sie aufsetzt, auch aufsetzen kann. Also uns schwebt einfach nur zum Beispiel auch vor, so ein Automatismus, um diese Konfigurationsdateien zu erzeugen. Also ich will nicht sagen, dass man sich die Karte zusammenklicken kann, aber dass man sie doch noch einfacher aufgesetzt bekommt, als sie zur Zeit ist, um es in den Kommunen schmackhafter zu machen, sie einfach mal auszuprobieren zum Beispiel. Und uns fehlt relativ viel noch an Dokumentation einfach drumherum und so. Damit machen wir weiter. Und natürlich die weitere Auswertung, also wie wir Daten kombinieren können, vor allen Dingen, eigentlich wird es dann erst richtig spannend. Wäre toll, wenn du konkret eine Idee hast, immer her damit. Ja, das macht es uns einfach. Wenn wir eine konkrete Idee haben, können wir uns auch leichter damit realisieren. Damit haben wir nämlich direkt den Anwendungsfall dahinter und bauen nicht nicht drumherum und am Ende war doch was ganz anderes dahinter gedacht. Weitere Fragen, Anmerkungen, Anregungen, Mitmachbekundungen? Ja, dann war das eine schnelle Runde hier. Dann können wir unseren Stand gleich aufräumen gehen. Ja, vielen Dank für das Interesse. Ja, vielen Dank. 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 Vielen Dank.